Schön, dass Sie uns auf unseren Internetseiten besuchen. Wir möchten Sie ganz herzlich bei der Firma Axel Ebeke Verfahrenstechnik AG begrüßen. Ihren technischen Spezialisten für die Realisierung von verfahrenstechnischen Projekten als klassischer Lohnfertiger und strategischer Partner. Mit einer großen Bandbreite an Maschinentechnologie der gesamten mechanischen Verfahrenstechnik können wir Ihnen komplette Subly Chain Projekte bis hin zum Outsourcing von kompletten Werken bieten. Mit einer Vielzahl von Spezialanlagen, zum großen Teil selbst entwickelt, sind wir in der Lage, Ihnen spezifische Pulver zu designen, die Sie in Ihrer Wettbewerbssituation stärken und Ihnen eine einzigartige Stellung im Markt bringen. Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen, Ihre technischen Anforderungen zu diskutieren und gemeinsam mit unserem Experten-Team individuelle Lösungen zu erarbeiten. Vertrauen, Zuverlässigkeit und das Eingehen auf individuelle Münche zeichnet uns aus. Bitte sprechen Sie uns bei scheinbar kleinen Objekten an. Auch kleine Projekte entwickeln sich mit der Zeit zu großen Projekten und wir wären mehr als erfreut, Sie in diesem Entwicklungsprozess zu begleiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017